Jetzt sind wir 96 Jahre Rumänen deutscher Ethnie. Davor waren wir 50 Jahre Ungarn deutscher Ethnie, davor waren wir 250 Jahre Österreich-Ungarn deutscher Ethnie und davor waren wir wieder 400 Jahre reine Ungarn. Ja. So und jetzt fragst du mich, was für eine Nationalität ich habe. Ja, richtig. Die Freunde fragen dich, wo kommst du her, du bist doch Rumäne und so und sag ich, ich bin kein Rumän, ich bin Siebenbürger Sachse und dann, ja komm, du bist Rumäne und was weiß ich. Ich denke, das ist einfach so ein Naturinstinkt, dass man einfach wissen will, zu wem man gehört. Aber du hattest nie das Interesse, noch mal herzukommen. Holger, es ist doch schöner auf Gran Canaria. Ja schon? Ja also dann, was hier, hier ist Stress. Das kann sein von meinem Großvater, von deinem Urgroßvater, der Vater. Das heißt, das ist mein Ur-Opa, das ist der Bruder von meinem Opa. Und hinter der Mühle steht der Kastanienbaum. Und vor dem Kastanienbaum steht dann mein Haus. Schau, ich komm schon rein. Oh, Windel, 18 Kilometre. Ja, das wird alles nicht mehr gebraucht. Du musst jemanden finden, der Sie interessiert. Die Gemeinschaft von uns allen und dass wir uns mal alle sehen. Einmal im Jahr wissen wir genau, hey, wir treffen uns hier alle und ich versuche so viel wie möglich zu tun, dass es eben nicht mit meiner Generation zu Ende ist. Wir versuchen es nachzuahmen, wir versuchen es weiter zu erhalten, das Ganze. Aber wenn du die Wurzeln verlierst, dann gehst du ein.